Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchiller und freut mich wieder für euren Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, welches wir uns hier in Revendrester spielen können. Und zwar von einem Rare Mob, der sich Famu, der Unendliche, schimpft. Und der kann einen Mount droppen zu einer Prozentschance von 1% oder drunter wahrscheinlich eher. Und zwar schimpft sich das Mount Fliegelein des Endmorras. So, wo befindet sich Famu? Wir sind einmal in Revendrester, hier auf den Koordinaten 62, 47. Hier haben wir einen NPC, und zwar Zuhörerin Hilda. Und dieser NPC, der kann angequatscht werden, wenn hier auf der Map dieser Rare Stern ist. Dann spawnen 2, 3 Mobwellen und als nächstes spawnt dann Famu. Man kann ihn danach unboxen. Famu ist, würde ich mal sagen, einer der stärksten World Rares, die ihr so finden könnt. Er hat, glaube ich, 700.000, 800.000 Leben und einige Fähigkeiten, die recht gut reinhauen. So ein Kreis, der alle ranzieht, beziehungsweise stackt er auf dem aktiven Tank auch einen Debuffruch, dass er immer weniger Heilung kriegt. Ein Fluch zum Glück, als Druid kann ich mir den runternehmen. Bei anderen Klassen sieht es halt schwierig aus. Und hier im Endmorras kriegt er noch einen Stack, bis 50 hoch, der euren erlittenen Schaden immer weiter hochstacken. Dementsprechend kann der Kampf hier schon relativ hart sein. Alleine werdet ihr es nicht schaffen. Wenn ihr eine Gruppe habt aus 5 Leuten aufwärts, ist es recht bequem. Ich habe den jetzt einige Male umgehauen mit einigen Twinks auch. Ich glaube, 50, 60 Trials drauf. Auch immer in Gruppen von 10 bis 20 Leuten, auch teilweise 30 Leuten. Sehr wenige Drops gesehen. Ich vermute, dass die Drop-Chance tatsächlich eher so ein bisschen unter 0% liegt. WoW-Head gibt es ja an mit 0,98%. Ja, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Wir wollen uns einmal das Mount angucken. Und zwar hier Fliegerlein des Endmorras. Wir lernen das einmal. Und dann können wir uns das mal angucken, wie das aussieht. Fliegerlein des... Ah ja, da haben wir es. Gibt es sogar zwei Versionen. Ich habe jetzt hier die ein bisschen dunkler gehaltene von Famu. Und dann gibt es hier nochmal eine aus dem Abenteuerführer. Das müsste... Oder aus Abenteuer. Das müsste dann über den Missionstisch sein, die andere Version. So, da haben wir das Mount. So ein ähnliches Model kennen wir ja schon aus BFA. Von, ja, Mobs, die das droppen aus, ich glaube, Nassmir. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz coole Version hier. Im Blau-Gehalt ein bisschen anders sieht es tatsächlich auch aus. Das Mount Special fliegt so ein bisschen hoch. Hat was. Ich vermute auch, dass das Mount fliegen kann. Ja, ich zeige nochmal den Spot hier. Also hier auf den Koordinaten 62, 46 gibt es quasi den Mob. Und am besten, wenn ihr das farmen wollt, geht hier ins Tool rein. Benutzer definiert. Famu eingeben. Und dann gibt es eigentlich meistens eine Gruppe. Gut, gerade ist nichts drin. Aber sonst findet man eigentlich relativ oft hier auch Gruppen für. Denn, wie gesagt, man kann relativ schwer alleine machen. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfarmen. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr es gedroppt bekommt. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.